Inshallah werden unsere Duas, unsere Gebete, unser Fasten, unser Gejamlel angenommen. Inshallah, Ameen. Ich freue mich schon auf Euch, dass wir uns endlich wieder sehen nach zwei Jahren Corona an unserem Eidfest. Musik Mit dem Flugzeug oder mit der Bahn oder ganz einfach zu Fuß. Ihr seid alle herzlich willkommen bei unserem Eidfest. Nach zwei Jahren Corona-Krise dürfen wir uns endlich wieder sehen, uns treffen. Wir freuen uns auf Euch, Euer Evidenceteam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh